Ja moin Leute, euer Trace hier. Wir spielen weiter Portal. Diesmal wieder mit Facecam. Moin. Und ja, Portal. Ja, ne. Schon wieder dieses Flackern im Gesicht. Nettes. Okay, hat geklappt. Jo. Hm. Ja. Einfach runterspringen und dann fliegen. Flieg und Sieg. Ja. Nee. Einfach mal runterfallen und yay. Plopp. Dieses Spiel, ne. Ja. Dreh mich. Hat ja funktioniert, ne. So. Hm. Lass mich hier raus. Ich hasse ein paar Stühle. Oh, schon wiederladen. Meh. Ich glaub, also ich mag das Spiel. Das Spiel ist 40. Hm. 11. Hä? Ja, ich will hier aber nicht runterfallen. Natürlich, mein Sieg. Das hier gibt doch gar keinen Sinn. Ah, hier. Okay. Okay. Hä? Hey, ist das auch so ein Portal-Ding? Ist das jetzt das Orange? Orange. SCH. What? Hm. Sollte ja eigentlich jetzt mal treffen, ne. Oder? Hä? Also das Ding schießt irgendwas. Das geht ja durch. Okay. Hallo. Ähm. Ja. Das heißt. Hallo. Runterfallen. Hä? Ich check nicht, was der hier vor mir will. Oh. Okay. Ja, aber... Das ergibt auch gar keinen Sinn. Ich meine, was soll ich denn jetzt konkret machen? Da muss doch irgendwas rein. Dieser Bio-Lover. Okay. Die Frage ist aber... Wie war ich da nochmal reingekommen? Äh. Okay. Ich bin verwirrt. Ich komm grad nicht vor und zurück. Mäh. Hm. Also. Verdammt. Hm. Kann ich mir diese Portal-Gandern nehmen? Ja, kann ich endlich. Super. Blödes Teil. Ja, okay, gut. Dann hab ich das Rätsel ja gelöst ohne irgendwas... Ja. Ohne nachdenken. Cool. Das hat keinen Sinn gemacht. In meinen Augen. Na ja, hey. Ich geh durch die Wand. Ewig. Das ist ja mal voll geil. Aber so als Spiegel eignen sich diese Teile ja echt nicht, ne? Aber so ein Portal-Gand... Ja. Hätte ich auch gerne. Wo will ich denn hin? Äh... Plap. Na ja. Also das ist ja noch sehr witzig gemacht, ne? Wow. Hallo. Hm. Also da oben ist ein Cube. Ach da. Yay. Klapp. Klapp. Flog. Mein Gott. Die sollen sich mal irgendwie einen neuen Stromanbieter leisten können. Ich frag mich, was so diese Portal-Gun an Energie verbraucht. Man die die ganze Zeit so feuern könnte, auch in real life. Das wär doch cool. Ne. Hm. Hm. Ja. Ich glaub, so lange nehm ich doch gar nicht auf. Lade, 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 lade. Hm. Jetzt hier raufpacken, weil... Warum nicht? Nee. Ich nehm den einfach mit. Ich bin gemein. Hm. Den könnte ich da gebrauchen. Bestimmt. Mal, wo ist denn... Ah. Hm. Das ist einfach so. Passt doch. Ähm. Wie bekomm ich das Ding dann? Hm. Nicht so ganz. Auch nicht. Nee. So geht das nicht. Klopp. Macht das anders. Das geht sicher. Wo man könnte ja auch so ein bisschen Schwung holen und dann voll dagegen. Äh, da. Und jetzt muss ich diesen... Da fangen. Nee. 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 Das klappt so nicht. Komm her, du Cube. Aua. Mann. Ja. Nee. Ja. Nee. Und rein. So. Also, das Ding... fliegt immer da hin. Und muss da hin. Da rein. Okay. Das ist ja schon mal gemacht. Das, darauf. Äh, wo ist... Da hinten. Faulheit. Faulheit. Verdammt. Zahlt sich nicht aus. Nee. Nicht so ganz. Ja, das geht. Nicht. Oh, Mann. Das muss ich doch mal treffen, Mensch. Alter. So. Ähm. Klopp. Geht doch. Hm. Doch. Ich weiß nicht. Geht noch ein Level? Na. Ich glaube, ich mache hier erst mal einen Cut. Nee. Anschließend könnte ich dann ja sagen, nachdem ich hier einen Cut gemacht habe und dann würde ich gleich einen neuen Part anfangen. Das geht, glaube ich, gut. Naja. Also, Leute. Äh. Das war Let's Play Portal für heute. Ich bedanke mich. Wieder mit Facecam, ne? Ja. Dann mal. Ciao.